Hallo ihr Lieben, heute wieder ein kleiner Gedankenimpuls mit den Tarotkarten. Ich habe wieder alle 78 dabei und jetzt schauen wir mal, was heute für ein Thema kommt. Ein Thema, das es natürlich dann alle betrifft oder alle, die das Video sehen. So, was haben wir? Ui, schaut her, der Ritter der Stäbe. Also Ritter der Stäbe, das ist auf jeden Fall Bewegung. Ihr seht ja, dieses Pferd steht nicht still da, sondern es ist so richtig feurig unterwegs. Auch der Ritter ist hier voller Energie, er hat viele rote Farben. Rot steht für Wille, steht für Tatkraft, steht für Impuls. Und die Ritter, die stehen für Stimmungen. Also das heißt, ihr seid momentan in einem eurer Felder, in eurer Lebensthemenbereiche, zum Beispiel in der Partnerschaft oder im Beruf oder bei eurer Persönlichkeitsentwicklung, in einem Umfeld drin, was für euch sehr anspornend wirkt. Also der wirkt anspornend, der wirkt begeisterungsfähig. Es kann auch sehr feurig werden. Also sehr feurig heißt dann, dass es vielleicht sogar zu einem Streit kommt, weil die Leidenschaft mit einem durchgeht. Aber im Allgemeinen ist diese Karte eine positive Karte. Also auf jeden Fall, ein bisschen was geht immer, wie man bei uns in Bayern so sagt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Ritter der Stäbe. Schaut einfach mal wieder bei mir vorbei. Lieben Gruß! Schaut einfach mal wieder bei mir vorbei.